ok leg bohren wir hier mal weiter wenn ich das Haus fertig habe das war der Part Schluss so sehen wir uns dann wenn ihr wollt im nächsten Part ok hab ich das hier jetzt hoch gemacht ach man hey mach das nicht aus so jetzt geht's auch weiter ja so jetzt machen wir auch gleich die Fenster rein so 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 so